da müsste jetzt genug zwirn für dich darin sondern auch nur die hälfte weil das auf warft ein schwert wichtigste lässt wiederholen die jungen da hinten wo so viele viecher sind banchen mitnehmen manchen das beinchen deinchen du bist komplett nackter weiß ob es geht aber weil jetzt kommt gerade krokodil nämlich hier hinten m Martina Koppel mit dem Krokodil auch klarkommst ob man auch so egal ist da war ich nicht nur weil es sich hier vorne direkt in unserem Lager ist ja und ich war unten langgegangen doch nur und ziemlich viel Schaden komischerweise und sichern auch ein Zettkrieg Stau Stimmelmann den Körn des Krokodil Stierp St und auch so ähnlich so weiter Tilly was wird Teilheit das ist irgendwie in den Sand gepackt liebe Schildkröte weiter springt die Killer Vogel ist auf halb acht Eben mein Leben wieder hochgehen lassen Da habe ich auch gerade als Plan Wo ist meine Leiche? Und da wo sie zuletzt war Die gute Sache ich bin ja nachher nur noch gerannt Das ist natürlich doof wenn man nicht auf die Map guckt vorher noch schnell Ich war ja schon tot Ja du siehst ja dein Herz Du kannst ja so abwägen so ja jetzt bin ich gleich des Todes oder noch nicht Ich bin gleich ganz viel Haut mit Ja das ist gut Also ich muss jetzt auch gleich ein Level Up auf Level 10 haben Und ich habe Level 10 erreicht Yes Glückwunsch Und ich habe schon wieder ein Viertel voll War irgendwo an einer Wand An welcher Wand Ich hoffe mal eine Leiche liegt da noch Irgendwo Kann ich auch nicht sagen Dies weh ich nicht Reptilienhaut habe ich und kann ich denn schon rezepte erlernen jetzt mein leben wieder voll kriegen lassen diese blöden verblöden eigen fangen das würde ich ja gerne machen fasern fesseln knüppel und einfach ratter schmerzen ja direkt lernen so das heißt wir brauchen jetzt zu vieren wir brauchen dann leder leder und eisenbarren brauchen war die eisenbarren er müssen meine schmiede glaube ich bauen da war da nicht was ich kann auch eine schmiede und ofen schon mal machen so da brauchen wir auf 540 für 540 was steine und für die werkbank eines schmieds brauchen wir ziegel und eisenbarren ja hab mein körper gefunden so ist gut ich habe alles wieder aber ich muss alles reparieren reparieren wir brauchen viel eisen und kohle werden wir brauchen da haben wir noch im anderen lager ja ja aber wir brauchen eisenbarren die müssen wir erstmal herstellen ja einschmelzen das eis genau aus kohle und dafür brauchen wir kohle zum einschmelzen glaube ich soweit ich weiß das ist eine verfluchte da müssen wir auf der anderen seite gehen genau da müssen wir da wieso ist da ich habe mich zerfetzt über mich über ich habe mich gefunden also jetzt muss ich aber eben alles wieder anlegen ausrüsten so 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 mich hat was angegriffen aber was ach so ein blöder voll wieselter strauß ich werde angegriffen diese blöden hier ich werde von zwei schildkulten angegriffen ich habe jetzt 35 pflanzenfasern schon mal und hier habe ich büsche gefunden also ich gehe jetzt noch ein bisschen pflanzenfasern sammeln weil die brauchen wir scheinbar mhm wie kriege ich denn leder wo kriege ich denn leder ja das ist wahrscheinlich gerben ja ja ich habe auch verdammt viele ähm rezeptpunkte gekriegt muss ich mal gleich gucken leder gerben das ist natürlich echt ja du gerbst ja leder eigentlich aus fällen mhm ja ich weiß nicht ob es da jetzt gerben heißt oder irgendwie anders genannt wird ich guck gleich mal ich guck gleich mal mhm so quatsch erst mal reparieren erst reparieren und dann die steine wieder einlagern oh ja warte flipp mal eben ii reparieren oh ne schon wieder eine hyäne oh ich habe noch einen verfügbaren punkt den sollte ich vielleicht über in überleben oder belastung stehvermögen bestimmt deine maximale ausdauer präsentation fernwaffen ne fernwaffen mach ich nicht überleben bestimmt deine fähigkeit unter anderem bedingungen zu überleben außerdem wirkt sich die wert auf die nahrung mhm ok 2 ja ich mach alles immer runter weißt du ja außer stärke habe ich jetzt auf 4 und beweglichkeit auf 3 mhm mhm ich mach immer nach und nach alle runter gerben da genau gerberei hautdehnen gerberei kann ich direkt freischalten mhm dafür brauchen wir rinde die haben wir natürlich im anderen lager aber die kriegst du mit der spitzhacke aus bäumen die kann ich dir ganz schnell besorgen mhm wenn du magst besorge ich dir rinde ach dann bist du der der läuft da oder ja ja ok ähm also wir brauchen für die gerberei brauchen wir steine holz rinde und natürlich zwirn ja gut ich hab jetzt warte mal soll ich gucken wieviel zwirn ich herstellen kann ja ja guck mal ähm ich stell dann schon mal zwirn 30 zwirn kann ich herstellen mhm dann hab ich dir direkt mal fertig du brauchst rinde hast du gesagt mhm ja rinde wie kriegt man nochmal rinde spitzhacke spitzhacke ach ja spitzhacke an bäumen ne genau mhm genau dann hol ich dir auch ein bisschen rinde mhm womit kriege ich aber keine rinde hier ah doch jetzt ich hab ihn schon ja ja kriegst du nur nicht so viel ne ja ja jetzt muss ich noch stufe 10 rinde gleich auf mhm deswegen renne ich auch mit den in den viechern rein und eigentlich komme ich ja ganz gut wenn ich nicht eine blöde ansicht hab dann mit klar oh ich muss gleich wieder was trinken jetzt hab ich kleine rinde gekriegt ne ich muss gleich mal was trinken na ich muss eher essen essen mal eben was oh ich hab noch fleisch so essen ist voll ach so essen das ist eine gute idee ich hab jetzt wer sind da hab ich jetzt irgendwie vier oder fünf und das klingt doch gut oh eisen hab ich auch zwei stück von mhm oh ich bin fast voll oder eben zum lager zu wirken könnte mal eben hui läuft 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 und man spitz hat das was kaputt kommt gut wird vor allem kommt gut Karput Karput um um und da war heute im Wasser weg müssen wo meine Hände sind meine Hände kaputt gegangen wo sind meine Hände denn alle um ja ich habe keine Tiere und mehr ja bei ihm gucken habe ich man es kommt eigentlich war nie mhm ja habe ich so äh haben wir das spoilert Fleisch raus und dann stecken wir lieber hier frisch mhm und holz vier rinde habe ich mhm ja ich habe äh sechs rinde tue ich auch erstmal hier in die eine Kiste äh wo habe ich denn das andere eisen hier habe ich noch Eisen durch das Fleisch raus dann rein ähm mhm 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 äh Mundsekret kann ich auch mal hier rein tun Reptilienhaut äh ja Knochen und so weiter können wir das wieder anmachen weg die Knochen schmeiß ich mal weg und mir ist das nächste Fleisch gespoilert SPOILER müssen wir vorher noch am benutzen jetzt nicht mehr also so was ja warum holst du halt Spoiler Fleisch nicht mal da raus äh das ist gerade erst gespoilert hatte schon ich habe schon drei rausgeholt oder vier ich habe mich sieben spoilert Fleischspoilern hier drin ähm Fleisch drin Freifleisch halte ich immer beim äh nicht genug im Inventarplatz okay ja da musst du erst rausholen bei dir in 10er Stack machen und dann wieder rein mhm das ist total verwirrend ähm so Felle tue ich jetzt mal eben auch hier in die äh Bank weil die brauchst du ja nachher zum Gerben mhm ja hell hier haut es Fell dran so ich hole mir mal das Viech da oben irgendwas wegschmeißen ich hole mir mal das Viech da oben damit es sicher lieben la 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 haften zu den du mit dem in Ruhl habe ich auch noch und was habe ich abgelegt was nichtrifft ich habe auch noch zwei Betten in der direkten zwar wird nicht wirklich noch dabei Hast du deine Zeit wieder aufgebaut? Ja, ja. Hast du auch aktualisiert? Ja, hab ich. Ja. Tag. Tagchen. So, dann hau ich hier auch nochmal zwei Betten rein. Äh, fein. Äh, Tierhaut hab ich auch wieder. So, Bett. Was blöde ist, dass du das nicht decken kannst, ne? Was brauch ich jetzt für die Gerberei? Nochmal 240, 50 und 25. 50 Rinde brauch ich. 25, äh, Zwirn und 160 Holz. Hm. Mach mal vier. Hä? Beile. 50 Steine. Ja, das, äh, Stein hab ich gut gesammelt, eigentlich gerade damit war, ne? Ja. Hm, war's ja. Willst du mir jetzt nicht sagen, dass du für Pfeile das jetzt nimmst, oder? Nicht. Ich muss so eh, du musst so eh kraften. Na, so, die müssen wir eh weiter sammeln. Ja, ja, klar, aber, äh, wir wollten ja jetzt erstmal das eine da basteln, oder, Gerberei, damit wir, äh, Dings machen können, damit wir nachher, äh, Eisen braten können. Nicht braten, kratsch. Äh. Du meinst die Schmiede. Genau, die Schmiede machen können, damit, ne, beziehungsweise den Hochofen machen können, oder da, äh, Schmelzofen machen können, damit wir uns das Rad herstellen können. Äh, heißt, ich bin die ganze Zeit eigentlich hier, äh, am Sammeln extra dafür, und du nimmst hier die Sachen dann für beschissene Steine. Pfeile. Naja, sag ich ja, für beschissene Pfeile. Worum, beschissen? Ja, weil ich hier gerade Sachen am Sammeln bin. Ja, ich sammle auch die ganzen Steine. Ja, äh, ja. Äh. Da ist es eine Kürze ganz nah am Lager. Ja, die Sponsor war im Tempel. Ja, aber es gibt Taut, und daraus kann man gut Leder machen, nachher. Eine Gerberei. So, jetzt wieder weiter Rinde sammeln. Also ewig viel Rinde. Hm. Ähm, in einer anderen Bude haben wir schon, weiß ich nicht, 30 Rinde oder so. Ja gut, aber, äh, wird es jetzt zurückgehen, die Rinde holen, und wir sind wieder hier hin? Ne. ist bei mir schlachten ich habe ihn nicht ich muss gleich trinken ja gut wir haben nicht ohne grund direkt am wasser gebaut aber irgendwie kannst du nachher auch glas herstellen die glasflaschen die kannst du bestimmen ich denke er sind sehr unlogisch aber guck mal ich hab jetzt schon wieder halb voll exp also hier geht es echt schnell also zum leveln lohnt es auf jeden fall haben wir schon ich habe ja gesagt oder stirbst auch das ein oder andere mal das wird wohl auch nicht das letzte mal gewesen sein bei rinde kriegt das reicht mir ja schon wenn man so wäre ja ich habe jetzt schon wieder mal hast du Glück ich glaube bei den größeren Bäumen kriegst du mehr oder ja da ist auch die Chance höher dass du Rinde kriegst so was habe ich denn jetzt an Rinde 19 Rinder müsste eigentlich glaube ich schon fast reichen ich glaube 30 Boste ich brauche die oder 50 ich weiß nicht mehr deswegen ich sammle einfach noch mal ein bisschen weiter damit wir auch wirklich alles haben 15 habe ich schon was haben wir schon wieder ein Ohr meine die Zeit rennt so viel Spaß und wir haben schon wieder eine Stunde über eine Stunde ich will aber nie aufhören hab ich ja nicht gesagt was habe ich mal gleich äh äh oh schass irgendwas greift mich an und ich sehe es nicht ach ein Krokofant mhm schon mal vorgekommen sein hm ich will mich ja mal erschrecken was mich da angreift und der Krokofant ist tot aber der gibt gut Fleisch irgendwie der Krokofant knack und diese Reptilienhaut da kriegst du bestimmt gutes Leder raus oder so mhm ja das kann natürlich sein ich hab 19 Rinde damit haben wir 29 Rinde hier schon ich hab auch 19 Rinde so äh Eisen hab ich auch schon wieder hier reingetan Eisen hatten wir drüben ganz viel ja ja das würde sich vielleicht lohnen äh wieder rüber zu gehen ja ja einmal kurz rüber zu gehen und das zu holen also ich brauch 50 Rinde 160 Holz 240 Steine 425 Zieren 2 Rinde fehlt noch mhm da komm ich guck ob ich nochmal 2 Rinde irgendwie wie viel Holz haben wir denn äh Bananen ich hab das ganze Holz jetzt reingetan ja du stapelst ja auch nicht ne du steckst ja nicht so wirklich äh ganz ja du bist 100 Stecken ja ja aber dazu müsste man so auch nicht mal äh auf 100 Stecken und nicht einfach dann mal 43 da und 2 mal da öö auf 100 ne auf 100 ne höh w einfach habe ich kür Das Holz packe ich dir auch direkt rein. Ich muss erstmal wieder Sachen wegschmeißen dann. Bei Rinder. Also Holz dürften wir aber auch, glaube ich, genug haben. So, da ist auch schon wieder irgendwas gespoilert. Eben was essen. Nein, ich habe gespoilert gegessen, ey. Scheiße. Äh, was habe ich denn noch gesagt? Da braucht man noch Rinde. Wann hat es jetzt Rinde? Ah ja, Stein. Äh, und Zwirn, hast du noch Zwirn? Hatte ich ja auch gesagt. Nee, aber... Ja, dann guck mal nach nebenan. Eingepackt. Ich hatte doch auch noch... Ja, guck doch mal bei mir da rum. 23 Zwirn sind drin. Wie brauchst du? 25. Ich glaube, einen kann ich noch herstellen. Nee, zwei kann ich noch herstellen. Zwei habe ich auch noch. Ja, dann sind es ja 25. Eben spoilert Fleisch loswerden hier. Also hier sind noch... Ach, da. Ja, komm, mach hin. So. Ich hoffe, du legst das jetzt hier nicht hin, sondern in die Kisten. Habe ich doch da... Nee, das... Die Zwirn habe ich da reingelegt gehabt. Jetzt gerade, oder was? Ja. Ja, dann mach doch mal zu. Machst du denn die Kisten auf, Alter. Ja, nicht in die Kisten, sondern in die Werkbank. Ja, ich kann mich doch nicht bewegen. Zehnmal sage ich das jetzt gerade schon, ey. Alter, hol den Zwirn hier hin. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, die Kiste... Ähm... Ja. Hast du was an den Ohren oder am Kopf? Ja. Ich hab mal ne Warteschlange hat, find ich cool. Beim Crafton kann man das auch so schön alles nach und nach machen. Ja, ich weiß, kann ich immer noch nix tragen. So... Ich könnte... Ich könnte... Irgendwohin stellen, aber dazu muss ich auch immer wieder mal ganz ein Krab loswerden. Äh... So... 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 Äh... So, da haben wir das ganze Holz auch noch eigentlich, ne? Ich kann Kerzen crossen. Ja, aber dafür brauchst du... Dieses Wund... Ne. Hm? Wund-Sekret brauchst du. Ah, okay. Fünf Stück. Ich hab doch Wund-Sekret irgendwo hingetan. In der Kisten hier. Ja, ich auch. So, jetzt brauch ich aber noch Zwirn dafür. Das heißt, ich muss auf eine Zwirn-Tour. Dann können wir ja vielleicht in einem Häuschen irgendwo Kerzen hinstellen. Vielleicht... Hm. So, Achtung. Uaaaaah. Ich glaube, es ist wer wach geworden. Hä? Was? Ich glaube, es ist wer wach geworden. Achso. Echt? Dann braucht man... Brauch mal Rinde dafür. Rinde? Brauch mal Rinde dafür. Haben wir noch irgendwo Rinde? Ähm... Ne, aber soll ich sammeln gehen? Ja. Aber ich glaube, wir machen jetzt eh gleich erstmal, äh, eine kleine Pause. Ja. Ja. Da sind wir mal immer noch in der Kunde weg. Hm. Na gut. Ich geh jetzt erstmal hier, äh, hin und dann, äh... Ja. Würde ich sagen, sieht man sich dann da sicherlich gleich wieder... Äh, warte, ich muss eben hier. Ist noch eine Schildkritte gespawnt. Oh, das sieht aber cool aus, die Gerberei. Ja, aber ich glaube, guck mal rein. Ich glaube, ich brauche dafür Rinde, kann das sein? Ja. Rinde, ne? Rinde brauchst du und Fell und dann... Hm, ja, ich hab schon ein bisschen Fell reingetan. Ich glaube, da kann, kann, musst du dickes Fell nehmen und nicht diese, äh, äh, die Tierhaut. Achso, das weiß ich jetzt nicht. So, ich geh jetzt auf jeden Fall eine Runde knacken. Wie zumindest so aus. So, mach mal die Tür zu gut, dann mach mal ein kleines Poisken, äh, ich muss nämlich noch was zu trinken haben und mal eben hier ein bisschen durchlüften, weil, äh, ich geh kaputt hier drin. Mach doch mal die Tür zu! Äh, ich wollte die grad zumachen. Klappe. So.